Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Was ist Ambient Light? Das ist doch dieses hier, dass Licht auch ohne Fackeln da ist manchmal. Ach das ist doch ätzend. Das ist meins. Das ist meins. Lernt heilen mein Freund. Heilend Spaß. Wie siehst du, ich sag schon wir waren hier überall schon. Wie waren wir schon? Ja hier sind überall Fackeln. Super. Ja mach ihn platt. Oh er ist jetzt unten, lass ihn da. Ja aber da müssen wir auch runter, da ist noch kein Licht. Ach ja stimmt. Ja wir waren hier bestimmt noch nicht überall. Wir haben ja überall hier Eisen und so. Ja. Ich hab hier Eisen, nicht du. Lernt heilen. Da ist schon wieder ein infizierter Villager. Was? Oh. Ach so ich dachte das wäre einfach nur ein Zombie Skin. Ne ne. Das ist ein infizierter Dorfbewohner. Das ist interessant. Interessant Fakt mein Freund. Sehr interessant. Autsch. So wo war jetzt der Creepy Creeper? Der ist irgendwo runter hier. Ah da sehe ich. Ne. Das ist nicht der Creeper. Aber da ist auch der Creeper. Zombie kommt. Oh. Hat der ein Zombie platt gemacht? Ja. Ist ja amüsant. Also überall waren wir hier sicherlich noch nicht. Alter Schwede. Da müssen wir noch mal ein bisschen schauen. Wollte sowieso schon ins Gemäuer. Ich wollte ein bisschen was farmen. Nein. Ich hab die Fackel gelöscht. Idiot. Ich will jetzt hier mal keinen Wasseraufzug runter machen. Ach guck mal hier habe ich mit Gravel zugebaut glaube ich. Alter was ist das für ein Loch? Wo geht denn das hin? Wo geht denn das hin? Oh. What the fuck. Ähm. Gehts dir gut? Der kam von unten runter alter. Alter ich hab mich vorgegraben hier. Hier ist. Komm mal hier. Komm mal hier. Komm mal hier. Kann ich nicht. Ich bin hier in einem tiefen Loch. Toll. Da gibts gar nichts. Jetzt muss ich mich hier wieder hoch bauen oder was? Ja hier war ich wohl doch noch nicht alter. Immer so verwirrend im Dungeon. Das sieht immer alles so gleich aus. Nenn das nicht Dungeon. Nimm es Dungeon. Das macht Spaß. Dungeons and Dragons. Weiß zwar nicht mal was das ist aber. Äh. Ein Spiel. Ein. Ein. Spieliges Spiel. Weil ich nur dass es irgendwas für Nerds ist. Ja. Und wir sind ja Nerds. Also. Ne. Oder sind wir Nerds? Tutu. Oh. Jetzt ist mir hier mein Obsidian weggeschmolzen. Toll. Ähm. Ich bin nicht nur Nerds, sondern auch verdammt gefangen. Rottel. Jetzt musst du mich hier wieder hoch bauen. Oh. Ja, überall Creeper hier, Alter. Ich raste aus. Ich raste gleich. Wer rastet der Roste? Wo steckst du denn? Ja, Roste wollte ich gerade sagen. Ich arbeite hier gerade ein bisschen Eisen ab. Und verteidige mich gegen den netten Creepermann. Da habe ich doch irgendwo deinen Namen gerade gesehen. Ah! Alter. Wo? Wo? Fuck, 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 tu du Hilfe. Ich weiß ja nicht, wo du... Ah, da oben. Ich weiß auch nicht, wo du bist. Wie bist du denn da hochgekommen, verdammt nochmal? Fuck, ey. Ich weiß selber nicht genau, wie ich hier gekommen bin. Ah! Da? Alter, was hier abgeht. Ich nehme die Kohle mal kurz mit hier. Zack, alles meins. Und ich bin noch knapp unter der Oberfläche. Ich sehe da hinten schon Tageslicht wieder, weißt du? Jaja, ich sehe ja deinen Namen ganz weit oben. Aber hier geht voll die Luzi ab hier. Die Luzi, die Gelaptor. Das ist doch nichts gescheites. So. Ja, aber Eisen und so. Immer ganz nett. Ja, wir wollten noch Diamantos. Diamantos Maximus. Ja. Hier waren wir schon, okay. Machen wir mal eine Packerl hin, damit ich es weiß. Kohle, Kohle, Kohle. Meine Fische Kohle. Nanananana. Du bekommst keine Kohle von mir. Dafür habe ich ganz viel Eisen bekommen vorhin. Wo flitzt denn du hoch, Alter? Du musst doch schon längst wieder an der Oberfläche sein. Alter, hier ist überall Zeugs. 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 Was für Zeugs? Was für Zeugs? Gutes Zeugs. Guter Stoff, weißt du? So Koks und Hasch und alles, weißt du? Das ist kein gutes Zeug, Grantl Bart. Ach ja, stimmt. Drogen sind scheiße. Ja, im Grunde schon. Böder Witz. Ich grabe mich jetzt einfach hoch zu dir, weil ich keine Ahnung habe, wie ich da zu dir kommen soll. Ja, mach das. Ich höre dich auch schon graben. Grab, 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 Grab. Ich sehe nichts. Da. Ähm, da. Ich hasse dieses scheiß Wasser. Da. Da ist er doch, der Grantlmann. Denn ich wasche mich nicht gerne. Ich bin der Grantlbart. Der Stinkebart. Ne, das bist du. Meine Fresse, ich mache es immer schlimmer hier. Was machst du denn? Willst du Wasser hier in die Höhle fluten? So. Jetzt habe ich die Quelle des Übels gefunden und ausgelöscht. Mein Eisen. Meins. Was? Nein. Nein, du du. Nein. Ist nur Dreck. Ist nur Dreck. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Nein. Nein. Alter, hier ist voll die Spalte, Mann. Haha, durch Spalte. Oh, er hat Spalte gesagt. Ey, da müssen wir hin. Wohin? Zu der Spalte. Ah, jetzt habe ich schon wieder gesagt. Alter, die sieht sehr lukrativ aus. Okay. Alter. Ja, genau da ist die Spalte, wo du das jetzt gehört hast. Ja. Ja. Komm gleich da mal Beglegenheit vorbei. Wäre nicht. Ich bin hier übel am fighten. Ja. Komm mal dazu. Ich höre hier schon wieder ein Skelett. Ja. Ist das bei dir? Gut möglich. Bei mir ist so einiges unterwegs. Kannst du mich nochmal abholen oder so? Äh, zu spät. Ja. Ja. Siehst du meinen Namenstag nicht irgendwo? Irgendwie nicht. Du musst ziemlich weit tief, tiefer gucken, ne? Oh, lol. Das ist dieses... Ich dachte, das wäre ein Diamant, Alter. Auf der Höhe, klar, ey. Lapis Lazuli, oder was? Nee, das ist dieses scheiß, äh, Dungegras. Wie kann man das mit Diamanten verwechseln? Ja, das sah so aus im Halblicht. Scheinend. Mondlicht. Jetzt bin ich schon wieder in der Höhle. Ich wollte doch da in der Schlucht bleiben. Mann, oh Mann, Minecraft. Du lenkst uns ab. Ah, fürchterlich. Von unserem... Unserem reellen Leben. Ah, du näherst dich? Nee, du bleibst stehen. Ja, ich arbeite gerade Kohle ab. Du wolltest doch zu mir vorbringen. Ja, wollte ich, aber ich wollte die Kohle halt auch nicht verschimmeln lassen. Du kennst das ja mit der Kohle, ne? Wie das so ist. Ja. Den ganzen lieben langen Tag dreht sich um nichts anderes als um Kohle. Kohle verdienen, Kohle ausgeben. Genau. Oh, hier ist auch Kohle. Schön, wie schnell das geht mit der Diamantspitzhacke. Ja, ich benutze momentan noch meine minderwertiges Werkzeug, damit ich das los bin. Ich habe es auch noch dabei, aber ich bin jetzt zu faul, das zu verwenden, weil es mit Diamants so schnell geht. Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Ah, noch mehr Kohle, ich breche ab. Ich auch, Alter. So, jetzt aber wieder runter hier. Ich glaube, es ist sogar Nacht jetzt mittlerweile. Das ist gut und möglich, aber wir sehen ja eh keinen. Ich glaube, das ist sehr gut. Die Höhle bis an die Oberfläche? Ich weiß es nicht. So, du, du, wo bist du jetzt hier? Oh, da höre ich schon wieder einen Verwandten von dir. Der hier gerade rumstöhnt. Wieso ist hier wohl ein Adeliger unterwegs? Ne, ein Zombie. Ach, und da kommt er auch schon bereitwillig in meine Arme. Oh, er ist da runtergefallen. Idiot. Nimm dies. Nimm das. So. Das hinterlässt, hinterlässt er sogar sein gammliges Stück Fleisch. Ich hab, glaube ich, bald meinen Jahresbedarf an Kohle gedeckt. Ach, ich auch. Kohle, Kohle, Kohle mit ner Scheiß Steinspitzhacke abarbeiten. Das macht keinen Spaß und da oben ist doch schon wieder Kohle. Und hier ist Eisen. Machst du das Skelett gerade platt? Was mach ich? Das Skelett platt? Nö. Ich hab gerade ins Sterben das Skelett gehört. Diesmal war ich unschuldig. Unschuldiger to do. Ja. Du kannst nicht unschuldig sein. Oh, doch. Passe meine Stimme der Musik an. Jetzt geht's hier aber nicht mehr weiter, Mensch. Ja, die Zuschauer, ich mach eine Fackel. Mann, wo steckst denn du? Ich hab die ganze Spalte schon durch. Oh mein Gott, wie sie das anhört. Ich hab die Spalte durch. Ah, da bist du doch. Da hinten am Arsch der Welt. Achso, du bist bei der Spalte und ich bin beim Arsch. Verstehe. Wobei der Arsch ja auch eine Spalte ist. Im Endeffekt. Genug jetzt, du du. Genug. Ah. Hab ich von zwei Seiten hier bombardiert. Von Assholes. Genug jetzt, Grantelbart. Was? Das ist, Assholes ist okay. Das ist ja nicht das Asshole, sondern das Asshole. Ja, und Arsch ist ja auch der, die Beleidigung. Nein. Der Arsch. Nein. Sag nicht nein. 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 Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Nein. Wo ist denn du alter Affe schon wieder? Da oben hüpft er noch rum. Immer noch die Kohle ja wegschaufeln. Mein Gott. Das ist doch Korinthenkackerei. Ach, da bist du. Ja, jetzt zeig mir mal deine Spalte. Ja, die hab ich jetzt schon komplett abgecheckt. Da gibt's gar nichts mehr für dich. Hier, laufen wir mal nach. Dann kannst du wenigstens sehen. Spalte. Neues Loch. Das ist ein Loch. Das ist keine Spalte. Ach, da warst du schon da unten. Das sind Fackeln. Ja. Da kommt eine Spalte. Nimmt er hier meine Kohle weg? Deine Kohle? Lernt heilen, Junge. Eisen. Ups, Entschuldigung. Aua. Ich nehm's. Juhu. Aber hier kommt gar nicht meine Spalte. Danke. Ähm. Was ist denn das? Ähm. Oh. Alter. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon war. Weiß ich auch nicht. Ist von Natur aus sehr hell, das Ganze. Wegen der Lava. Ja. In die ich dich jetzt gerne reinschubsen würde. Alter. Da unten? Erstarrte. Ah, da war ich glaube ich schon. Ne. Da ist Zeugs. Ja, aber sonst wäre das nicht erstarrt. Ach doch, da warst du. Du hast ja ohne Ende Zeug hier liegen lassen. Unglaublich. Ja, Kohle. Wer braucht schon Kohle, Mensch. Ja, Lapis Lazuli auch. Ups. Hier sind aber verdammt wenig Monster unterwegs. Boah. Und meine Musik. Ich dreh gleich durch. Wieso? Wenn ich jetzt einen Creeper höre, dann explodiert mein Sack. Das ist gerade so eine Todesspannung. Wiege Beweis. Mach das mal zu. Das macht mich nervös. Einmal eine Fackel hin. Kein Zustand hier. Kann ich hier nicht irgendwo Diamanten übersehen haben? Nein. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Diamanten mögen dich nicht, Dudu. Die fliegen vor dir. Ich habe mich verlaufen. Bottle. Hilfe. Roter Stein habe ich gefunden. Ah, nicht in die Lava. Nicht in die Lava. Um Gottes Willen. Ich bin mal kurz AFK.